Hallo Freunde und herzlich willkommen zu dem neuen Video. Ich habe hier eine Georadarmessung und nur damit ihr schon mal ungefähr euch einpeilen könnt, wir sind im nördlichen Jonastal. Das heißt also irgendwo zwischen Arnstadt, das ist ganz im Norden, und dem Hamster. Das ist so ein bisschen weiter runter. Also die Strecke zwischen Hamster und Arnstadt, da im Jonastal gibt es eine Felswand. Und wenn man da rein scannt, also das hier ist ein horizontaler Scan, dann kann man dort entsprechend gleich sehen, was wir euch zeigen wollen. Ich habe jetzt hier nochmal so eine Frontwand gemacht, die soll jetzt hier einfach erstmal nur die Wand darstellen. Die nehme ich nachher gleich raus. Das Problem an der Sache ist, ich hatte dieses Video eigentlich so gemacht, dass ich auch einen Ton dazu hatte, nur der hat beim Kopieren nicht funktioniert. Deswegen muss ich jetzt das nachbesprechen, damit ihr das so seht. Deswegen bitte um Verzeihung, wenn das nicht ganz immer genau zum Zeitpunkt kommt. Ich nehme jetzt hier gerade mal die drei Achsen in den Konturen weg und werde jetzt gleich erstmal das Ganze sozusagen von Grund auf für euch aufbauen. Es sind zwei Tunnel nebeneinander. Es ist ein schmaler Tunnel in der Bildmitte. Es ist ein breiter Tunnel, deswegen vermute ich eine Einfahrt. Hier seht ihr das mal. Und da oben ist nochmal etwas, was vielleicht auch noch ein Tunnel sein kann, kann aber auch ein Lüftungsausgang sein. Das können wir nicht genau sagen. Aber wir sehen insgesamt zwei Tunnel und einen da oben. Das kann wie gesagt der dritte Tunnel sein, ist aber erstmal für uns unwichtig. Wir wollen uns mal konzentrieren auf die beiden da unten. Und dafür fahre ich jetzt mal mit dem Konturs von vorne bis nach hinten durch. Also bitte bleibt mal bei dem unten links und in der Mitte bei den beiden. Und da fahre ich mal nach hinten durch. Mir hatte ja ein Zuschauer geschrieben, na blau ist ja Metall und sonst was. Das gilt für Tero Vido. Das hat hier mit diesem Programm nichts zu tun. Ich kann hier die Farben frei wählen. Also ich könnte da jederzeit umschalten. Deswegen hier gibt es keine freien Zugänge. Wir haben nur die Vergleichswerte mit anderen Objekten, die wir schon hatten, weil wir immer dieselben Farbeinstellungen benutzen. Und da kommt es dann. Und dann ist es hier der grüne ist dann Hohlraum. Grün, blau ist für uns hier der Hohlraum. Wenn es dunkelblau wird in einem Bereich, könnte dort ein Stück Metall drin sein. Also ein Fass oder was auch immer da stehen kann. So, wir sind jetzt hier am Ende dieser Darstellung und gucken jetzt sozusagen durch den Tunnel durch. Und ich habe jetzt die waagerechte Scannung eingemacht. Und damit sieht man die Breite der Tunnel. Also wir haben jetzt rechts diesen Personaltunnel. Ist meine Interpretation. Bitte, ihr könnt mich darauf festnageln, wie ihr wollt. Dafür bin ich hier. Und wir haben auf der linken Seite einen sehr breiten Tunnel, von dem ich ausgehe. Das könnte eine Lkw-Einfahrt sein. Lassen wir uns da noch überraschen. Nochmal zum Verständnis. Wir befinden uns im nördlichen Teil des Jonatstals. Also ab dem Hamster, ab der Kurve, die da ist, Richtung Norden, Richtung Arnstadt. Wir sagen natürlich nicht rechts oder links, weil ich kenne euch. Und dann geht das Gezeta wieder los. Lassen wir es weg. Hier seht ihr bloß erstmal unsere Auswertung. Ich schalte jetzt gleich nochmal die dritte Achse dazu, um dann entsprechend das auch nochmal zu zeigen, wie es in der Höhe aussieht. Wir können es auch nochmal ein bisschen ran zoomen, dann sieht es ein bisschen besser aus. Dann kann man das besser erkennen, was diese Sachen da sind. Wie gesagt, ich fahre jetzt nochmal die Höhe des Tunnels hier in der Längsachse ab, von vorne nach hinten, und schalte gleich nochmal die Querachse ein. So, hier haben wir jetzt nochmal die Hochachse in der Längsrichtung. Und hier ist etwas Interessantes zu sehen, weil wir haben tatsächlich bei ca. 15 Metern einen kleinen Einbruch. Da scheint der Tunnel sich so ein bisschen eingebrochen zu sein. Da hat es eine Verstrebung gegeben. Da kann man sehen, dass die Decke da nicht ganz gehalten hat. Das ist da zumindest schmaler. Müssen wir mal so ausgehen. Das haben wir jedenfalls erstmal. Und man kann hier auch schon so ein bisschen sehen, wie viel Material vor dem Tunnel ist. Aber ich lasse es erstmal für euch nochmal durchdrehen, weil ich werde gleich umschalten in die Sichtbarkeit des Tunnels. So, das Verwirrende von den Konturen ist weg. Und hier zeigen wir jetzt mal die drei Tunnel, die zu sehen sind, beziehungsweise vor allen Dingen unten die beiden, die ich zeigen will. Und da seht ihr auch die Breite, die da ist. Aber wie gesagt, der obere Tunnel kann was zu bedeuten haben. Der kann eine Möglichkeit sein. Aber vor allen Dingen, wie gesagt, die beiden unteren Tunnel sind für uns wichtig, weil sie sind auch auf ebener Erde. Also ich kann direkt von außen einfahren oder reinlaufen. Und deswegen zeige ich euch den Tunnel mal am liebsten von hinten, weil dann kann man nämlich in den Tunnel reinschauen. Ich muss es nur noch ausrichten. Und dann sieht man mal, was hier passiert ist. So, jetzt geht es los. Und fahren wir einmal hinein. Die hellen Stellen oben, das können tatsächlich die Stellen sein, wo dann die Lampe an der Decke gehangen hat, dass man da so eine Ausbeulung gemacht hat, um an der Decke Licht in den Tunnel zu bringen. Wenn man da reinfährt, ist jetzt die Interpretation von mir. Ihr könnt mich darauf zerreißen, wenn ihr wollt. Es ist meine Meinung. So würde ich das verstehen. Und hier ist der zweite Tunnel, der, würde ich sagen, Personal-Tunnel ist. Oder vielleicht Material, wir wissen es nicht. Es ist, wie gesagt, nur der Hohlraum, so wie wir ihn zu erkennen glauben. Bitteschön, da könnt ihr euch jetzt dran austoben. So, ich verwende gleich nochmal die Frontwand, die ich schon mal am Anfang hatte, nochmal, um euch sozusagen nochmal auf die Details und auch auf die Tiefe des Tunnels zu sehen. Denn wir sind hier so bei drei bis fünf Metern. Dann fängt der Hohlraum in unserem Georadar an. Das können wir daran festmachen. Also jetzt sind wir bei fünf Metern, wie ihr das seht. Da sind wir schon im Tunnelbereich. Also schätzungsweise drei bis fünf Meter müsste das Ganze eigentlich darstellen. Ja, das ist so ungefähr die Auswertung, die wir haben, die ich euch zeigen wollte. Und in dem Sinne bedanke ich mich euch wieder fürs Zuschauen. Ihr seht vor allen Dingen, das ganze Gelände hat eine viel, viel größere Ausdehnung, als wir kennen. Und wir müssen uns auch darüber irgendwo mal im Klaren sein, dass die Jonastal-Stollen eine ganz andere Baustelle sind, als das, was im Tal rechts, links und darunter ist. Die Sachen sind von innen nach außen getrieben worden, würde ich sagen. Denn in den Luftbildern, da hat man sich ja immer nur auf das Jonastal konzentriert. 44 aufwärts, also September 44 plus 45. Aber da sind viele Sachen schon viel früher gelaufen. Aber in den Luftbildern sind keine Gleise zu sehen, da ist nichts da. Deswegen gehen wir davon aus, dass die ganze Geschichte wahrscheinlich von innen nach außen gebracht worden ist. Dass man sich Lüftungsschächte gemacht hat, um die Anlage zu betreiben, eine Zufahrt zu haben und so weiter. Bei der Planung des Ganzen ist man ja nie davon ausgegangen, dass das vielleicht mal zugemacht werden muss, weil da so ein Amerikaner um die Ecke kommt und jetzt unbedingt mal sehen will, was wir so schrauben. Und für alle die, die bei meinen Videos bis zu Ende durchhalten und nochmal hören wollen, was ich da so am letzten Schluss sage, dann kann ich hier eine kleine Vorabinformation geben. Am morgigen Sonntag, 19 Uhr, möchte Tino Struckmann und ich in Amerika einen Live-Chat machen. Also hoffe, dass das alles funktioniert. Wir sind da im Planen, Machen und Tunen. Also meine Geräte stehen schon mal. Ich habe es auch schon ausprobiert. Es klappt aber erst nach dem fünften Versuch. Wir werden es mal sehen, ob das so klappt. Aber wie gesagt, freut euch drauf. Wir wollen uns da ein bisschen austauschen. Das Ganze natürlich alles in Englisch. Aber es wird Amerika weit ausgestrahlt. Das ist natürlich eine schöne Sache. In dem Sinne freue ich mich so ein bisschen, dass wir da wieder mal ein bisschen mehr Publizität für unsere Arbeit kriegen. Tino Struckmann ist in dem Sinne natürlich auch ein bisschen besser, ich sage mal korrekter und ehrlicher und offener, als das bis jetzt mit einem gewissen Spaten passiert ist. In dem Sinne wünsche ich euch was. Tschüssi.